Die Rente ist sicher. Deutschlands Bevölkerung wächst bis 2040. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte ja vor ein paar Tagen schon mal ein Video veröffentlicht zum Thema Deutsche, was die Deutschen über die Sicherheit der Rente denken. 72 Prozent einer repräsentativen Insa-Befragung sagen, die Rente ist nicht mehr sicher. Das hat im Übrigen auch im Kontext einer ausbleibenden Zuwanderung der Bundeskanzler Scholz auch so gesagt. Und holla, meine Damen und Herren, heute am 9.04.2024, was sieht da sozusagen mein Rentenberater Geäug im Internet? Tagesschau zum Beispiel schreibt, Boom der Städte, Rückgang im Osten. Ich zeige Ihnen das mal. Die Bevölkerung in Deutschland wird regional unterschiedlich sich entwickeln. Im Osten geht es nach unten und im Westen geht es nach oben, meine Damen und Herren. Und was macht NTV aus dieser Nachricht? Jetzt halten Sie sich bitte fest. Im Übrigen hat das mit dem Begriff, die Rente ist sicher, die Bertelsmann Stiftung nicht gesagt, sondern das ist eine Aussage, die macht NTV. Am 9.04.2024 schreiben die zu dem gleichen Thema, die Rente ist sicher, Deutschlands Bevölkerung wächst. Und zwar ergibt das, ergebe sich das sozusagen, also dieses Ergebnis, die Rente ist sicher, ergebe sich sozusagen aus den Wegweiser Kommunen der Bertelsmann Stiftung. Und dort sagen die, in den nächsten 16 Jahren hätten wir 0,6% mehr Menschen in Deutschland, die hier leben. Ja, meine Damen und Herren, sagt uns diese Zahl wirklich, dass die Rente sicher ist? Haben wir dann wirklich mehr Beitragszahler für die Rentenkasse? Das sagt die Zahl natürlich gar nicht. Die Zahl sagt nur eines, dass wir mehr Menschen haben oder zumindest gleichbleibend viele Menschen haben, wie wir sie jetzt auch schon haben. Wir haben bis jetzt um die 84 Millionen und dann sind es 83 Millionen. Ich kenne ganz andere Prognosen, die gehen von einem Bevölkerungsschwund oder von einem Arbeitskräfteschwund von 7 Millionen Menschen aus. Meine Damen und Herren, das sind auch Zahlen, die sich hier im Hinblick auf die getätigte Aussage von NTV überhaupt nicht wiederfinden. Meine Damen und Herren, ja, das können Sie alles mit ganz großer Vorsicht genießen, was hier NTV von sich gibt, dass die Rente sicher ist. Die Rente ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genauso wenig sicher oder sie ist doch sicher, so wie wir jetzt zumindest die Vorherprognosen der Entwicklung des Arbeitsmarktes haben. Nämlich das ist das entscheidende Kriterium und nicht das Bevölkerungswachstum in Deutschland, sondern was wir brauchen in Deutschland ist, wir brauchen Menschen, die Beiträge zahlen, die Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Und deshalb kann ich nur sagen, Vorsicht, NTV, diese Aussage ist doch wohl sehr weit hergeholt. Ja, also schauen Sie sich das mal alles in Ruhe an, was NTV dort sagt, was die Bertelsmann Stiftung sagt, was auch ARD sagt. Ich bin der Meinung, dass das alles sehr, sehr weit hergeholt ist und wir doch bitteschön auf die Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen in Deutschland schauen sollen und nicht auf die reale Bevölkerungswachstumszahl. Näher zum Thema Die Rente ist sicher auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Die Rente ist sicher auf die Rente ist sicher auf die Rente.